Naja, es ist ja so, dass die anderen Kontinente solche kontinentalen Multisportereignisse längst haben. Deswegen ist es schon eine gute Idee gewesen, auch dieses Format für Europa jetzt einmal auszuprobieren. Ob das jetzt zusammenpasst, das wird sich eben bei den ersten und wahrscheinlich dann bei den zweiten European Games zeigen. Ihr Erfolg wird davon abhängen, inwieweit sie für Olympia Qualifikationen ermöglichen. Dass sich das jetzt am Anfang beißt mit der einen oder anderen kontinentalen Meisterschaft, also Europameisterschaft, ist nicht zu vermeiden. Es ist kein Geheimnis, dass auf dem Weg hin zu dieser Entscheidung sowohl im DOSB als auch in einer ganzen Reihe unserer Mitgliedsorganisationen Kritik laut geworden ist. Und es ist auch kein Geheimnis, dass da natürlich insbesondere die nicht-olympischen Sportarten, wie beispielsweise Karate, ein Fan dieser Spiele waren und sind, weil es ihnen auch die Möglichkeit gibt, sich in einem Multisportumfeld zu zeigen. Jeder, der sich um ein solches Ereignis bewirbt oder bemüht, will damit natürlich auch das eigene Image aufbessern. Das gilt für demokratische Staaten wie für autoritäre Staaten. Man handelt sich aber immer auch die zweite Seite der Medaille ein, nämlich eine erhöhte Aufmerksamkeit in Richtung auf die Zustände in dem betreffenden Land. Es ist natürlich so, dass politische Fragen auch auf politischen Ebenen gelöst werden müssen. Man kann nicht vom Sport erwarten, dass er solche politischen Probleme lösen könnte. Das haben wir nie behauptet und das können wir auch nicht.